Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Pempelfort. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 42 qm. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 830 Euro. Kontaktieren Sie uns falls Sie Fragen haben.